Ich habe tatsächlich sehr viel Know-how mitgenommen, aber mich hat es auch gefreut, sehr viele Erfahrungsberichte von den Scouts persönlich zu bekommen. Natürlich gibt mir das sehr viele Kontakte, die ich eventuell später mal für mein Praktikum etc. einsetzen kann. Und natürlich sind ja auch alle in unterschiedlichen Bereichen tätig, weswegen ich auch unterschiedliche Bereiche ausprobieren kann und reinschnuppern kann, um das zu finden, was mir gefällt und wo ich mich auch in Zukunft sehe.